Herzlich willkommen zur Session Portfolio Evaluation in Moodle, zum MoodleMood Global Online, dem ersten, welches wir online haben. Und ich freue mich ganz herzlich, euch heute ein neues Plugin vorstellen zu können, welches ihr in Moodle jetzt nutzen könnt. Mein Name ist Christina Höppner und ich bin die Mahara Projektleiterin. Und Mahara ist ein Open Source E-Portfolio System, welches schon seit langem mit Moodle eng verknüpft werden kann. Seit etwas mehr als zehn Jahren lebe ich in Neuseeland und arbeite für Catalyst. Wir sind ein Open Source Unternehmen, das auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren Moodle Partner ist, mit etlichen Büros über die Welt verteilt. Und ich arbeite im Wellington HQ. Mahara, wie schon angemerkt, ist die Open Source E-Portfolio Plattform, die sehr gut mit Moodle zusammenarbeitet. Und Mahara gibt es schon seit 2006. Die Plattform wurde entwickelt als Compendiums Plattform im Prinzip zu Lernmanagement Systemen. Denn 2005 hatten die Universitäten und auch einige Polytechnics in Neuseeland festgestellt, dass ein Lernmanagement System nicht immer ausreichend ist, um auch Studierenden mehr Freiraum zu geben, ihre Lernergebnisse und alles, was sie gern von ihrem Lernen behalten möchten, aufzuzeigen und aufzubewahren. Denn ein Lernmanagement System ist häufig mit der Kursarbeit verbunden. Aber Lernen findet ja nicht nur in Kursen statt, sondern auch außerhalb. Und deswegen wurde Mahara angelegt. Und ursprünglich schon mehr als Personal Learning Environment, aber über die Jahre hinweg kamen mehr und mehr Features hinzu, die auch für das Portfolio Assessment interessant sind. Die fünf Hauptaktivitäten für mich im Mahara sind das Create, in dem Inhalte kreiert werden, Lernartefakte erstellt werden, die dann gemeinsam gesammelt werden, um dann zu einem bestimmten Zeitpunkt sie zu kuratieren. Das heißt also zu reflektieren, auszuwählen, was man in einem bestimmten Portfolio darstellen möchte und dann auch zu sehen, wie diese Darstellung erfolgen sollte. Darüber hinaus ist es aber so, dass ein Portfolio nicht nur von einer Person erstellt wird, sondern man kann auch Konversationen drum haben und sich mit anderen Austauschen Feedback einholen, sowohl von Lehrenden als auch Studierenden, um das Gelernte weiterhin zu verarbeiten und auch noch weiter zu lernen. Mahara ist aber nicht nur ein System, eine Plattform, welches die eigene Portfolioarbeit ermöglicht, sondern auch soziales Lernen fördert. In dem Gruppen angelegt werden können, in denen dann auch gemeinsam Portfolios erstellt werden können, sodass zum Beispiel Portfolios von Lerngruppen gemacht werden können, die dann auch mitkommentiert werden. Nun, seit doch sehr langer Zeit schon, besteht die Möglichkeit, Mahara mit Moodle zu verbinden. Und gewöhnlich reden Leute dann von einem Mahudel, von einem Mahara-Moodle. Und die Verbindung geht vom Moodle ins Mahara und auch vom Mahara ins Moodle zurück. Bisher wurde das hauptsächlich über das Moodle Networking, Mnet, erreicht. Aber seit ca. dreieinhalb Jahren hatten wir auch daran gearbeitet, ein neueres Protokoll mitzuverwenden, was auf den Web-Services basiert. Und das ist LTI. Seit 2017 gibt es also die Verbindung für die Authentifizierung von Moodle in Mahara hinein über LTI. Und darauf basierend wurde dann auch die Assignment-Verbindung hergestellt, sodass man Portfolios direkt von Mahara in Moodle einreichen kann, um weiterhin die Zensuren dann im Moodle zu haben. Was ich heute vorstellen möchte, ist ein neues Plugin für die Assignment-Submission, welches effektiv das momentane Plugin über die Mnet-Verbindung ersetzt. Die Mnet-Verbindung wird weiterhin noch für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt noch nicht entschieden, wie lange und wann sie eher abgebaut wird, dadurch, dass sehr, sehr viele sie noch nutzen. Aber wir bevorzugen mittlerweile doch die LTI-Verbindung und weitere Entwicklungsarbeit wird daran stattfinden. Nun, die von euch schon mit LTI gearbeitet haben, sind mit dem externen Tool vertraut. Und das ermöglicht uns, sofort die Verbindung zur eigenen Mahara-Instanz herzustellen. Denn LTI ist standardmäßig in Moodle vorhanden. Es muss kein Plugin installiert werden. Die Verbindung kann auch auf Seit-Administratoren-Ebene hergestellt werden, sodass Lehrende nicht irgendwelche weiteren Verbindungsteile oder Konfigurationen vornehmen muss. Und das Feedback bleibt weiterhin im Portfolio und kann daher dort direkt weiterverwendet werden. Nun, weshalb sollte man dann mit einem Plugin arbeiten? Das Plugin ermöglicht es, mehr Funktionalitäten von Moodle zu nutzen. Nämlich wird das normale Assignment-Modul von Moodle verwendet, welches viel mehr und viel flexiblere Evaluationsmethoden zur Verfügung hat. So kann zum Beispiel eine Rubrik verwendet werden, es kann auch ein Marking Guide benutzt werden und auch das Feedback kann direkt im Moodle behalten werden. Was es natürlich sehr attraktiv macht, wenn man alles, was mit einer Zensur zu tun hat, doch in einer Plattform halten möchte und jetzt nicht auf mehreren danach suchen will. Nun, wie sieht die Anbindung aus? Zuallererst muss ein Seite-Administrator in Mahada die Web-Services-Verbindung herstellen und die Applikation aufsetzen. Und das passiert, indem die bestimmten Web-Services, in dem Fall die Moodle-Assignment-Submission, ausgewählt werden und dann wird die Parameter, werden dann zur Verfügung gestellt und können im Moodle verwendet werden. Wenn ich dann also im Moodle bin, kann ich diese Verbindung in einer Assignment ganz wie gehabt herstellen, indem ich den Submission-Type des Mahada-Portfolios auswähle, dann die URL angebe von der Mahada-Seite, mit der ich mich verbinden möchte und auch den Authentifizierungs-Key, der im Mahada-Consumer-Key genannt wird, sowie das Secret zu verwenden. Dann kann ich noch entscheiden, ob die eingereichten Ansichten weiterhin geschlossen bleiben, selbst wenn eine Zensur vergeben wurde oder ob sie wieder geöffnet werden können. Und ganz normal können dann ein Feedback-Typ ausgewählt werden, sowie dann auch das Grading kann. Da kann entschieden werden, ob eben Punkte verwendet werden und eben das Simple Grading oder ob eben eine Rubrik oder ein Marking-Guide verwendet wird. Und auch, ob da ein Marking-Workflow mit involviert ist. Das sind die ganzen Settings, die gemacht werden müssen, um jetzt sofort mit der Assignment arbeiten zu können. Als Studierende kann ich mich jetzt auch einloggen und die Assignment verwenden und sehe da ganz gewohnt die Bildschirme, die ich schon von jedem anderen Assignment kenne und kann dann meine Portfolios, die in meinem Mahada-Account sind, ansehen. Wenn jetzt noch keine Portfolios angezeigt werden, die Verbindung aber korrekt hergestellt wurde, hängt das meist davon ab, dass man sich erst einmal im Mahada einloggen muss. Das kann dann auch direkt hier aus Moodle funktionieren und dann weiß ja Mahada, welcher Account mit diesem Portfolio, oder mit diesem Moodle-Account verbunden ist und kann dann die Portfolios daraus anzeigen. In meinem Account habe ich dann eben Portfolios schon drin und die gelb angezeigt werden, die sind schon eingereicht bei Assignments und die anderen noch nicht. Und da kann ich dann eben mein Portfolio auswählen und die Auswahl geschieht, weil es ja eine Moodle-Assignment ist, direkt im Moodle. Ich kann dann auch darauf klicken, erst einmal um zu sehen, dass ich auch das richtige Portfolio ausgewählt habe. Speichere das. In dem Falle hatte ich angegeben, dass ich auch noch den Submit-Button drücken muss, sodass ich dies machen kann. Und solange ich noch nicht die Submission vorgenommen habe, kann ich das Portfolio noch ändern und kann ich auch ein anderes noch auswählen. Beziehungsweise, wenn dann das Grading stattfindet, kann eine Lehrperson auch noch sagen, dass das Portfolio wieder zurückgegeben wird, um dann entweder weiter daran zu arbeiten oder auch ein anderes auszuwählen. Und das ist insbesondere wichtig, wenn jetzt das Portfolio geschlossen wurde, damit eben keine Veränderungen mehr gemacht werden, während das Assessment stattfindet. Man kann aber auch das Assessment so aufsetzen, dass kontinuierlich an dem Portfolio weitergearbeitet wird. Und dadurch erlaubt man eine Lehrperson, hier jetzt über den Submission-Screen zu sehen oder sofort darüber den Zugriff auf alle Portfolios zu haben. Und ich kann dann halt über das Grading direkt auf das Portfolio zugreifen, welches mir dann hier offen steht. Ohne mich jetzt auch das erste Mal eingeloggt haben zu müssen, in Mahada wird mir das Portfolio angezeigt. Ich kann natürlich hier auch am Portfolio selber an den Artefakten Kommentare geben oder am Ende der Ansicht auch oder dann eben wie gehabt die Feedback-Kommentare, Kommentarfunktion oder Rubrik oder dergleichen auch hier in Moodle verwenden. Und das war ein Kurzdurchlauf von dem Mahada-Assign-Mitsubmission-Plugin, welches auch jetzt zur Verfügung steht in der Moodle-Plugin-Database. Wenn ihr Fragen habt, wie das alles funktioniert und was in Mahada geendet werden muss, damit dieses Plugin verwendet werden kann, schreibt mir und ich kann euch dann mehrere Informationen dazu geben. Für Mahada wurden die Web-Services für Mahada 20.10 entwickelt, welches wir im Oktober diesen Jahres herausbringen werden. Wer aber jetzt schon mit dieser Funktionalität arbeiten möchte oder auch erst mal nur testen möchte, der kann diese Funktionalität auch auf eine ältere Version von Mahada umsetzen und wir können da auch gern dabei mithelfen. Ich wünsche euch allen jetzt noch ein paar schöne Resttage hier auf dem Moodle-Mood und freue mich von euch zu hören, wie ihr mit der Portfolioarbeit und auch der Evaluation von Portfolios auf Moodle zurechtkommt.